Einen schönen guten Morgen. Wir sind hier heute in der Mailerei Hoss und haben hier eine Fortbildung für Selbstvermarktung mit der Rundführung, Verkostung und dann geht es natürlich auch um das Eingemachter und Nele ist ja die Berichterstatterin in den Social Medien und in Printmedien von Bioland und stellt sich nochmal vor. Oh mein Gott, ich liebe ja so spontane Aktionen. Also ich bin Nele, Nele Süß. Ich bin zuständig beim Landesverband Schleswig-Holstein-Hamburg-Württemberg-Vorpommern, die ist ja eine Öffentlichkeitsarbeit und dieses wunderbare Video ist auch ein bisschen gewidmet dem Till, unserem Kollegen, der in Mainz sitzt und immer sagt, Hans ist das perfekte Beispiel dafür, wie man es machen muss, um in die Öffentlichkeit zu kommen und zu zeigen, was man so jeden Tag macht. Okay Till. Und ich finde, er macht das sehr sympathisch. Genau Till, das ist ein Film für dich, nur für dich Till. Ciao. Ciao!